Ja, Servus und Hallo! Ich freue mich, dass du heute bei diesem Video mit dabei bist. Die Kameras von Insta360 nutze ich ja schon recht lange. Jetzt hat mir Insta360 die eine brandneue Halterung samt Carbon Selfie-Stick fürs Fahrrad zum Testen geschickt. Daher ist dieses Video auch als Werbevideo deklariert. Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich begeistert bin. Mit diesem Halter nimmst du Third-Person-Aufnahmen, Vogelperspektiven und mehr sicher und einfach auf. Die Halterung ist sehr hochwertig und vor allem funktional und sehr stabil. Der aus Metall gefertigte Mount für den Fahrradlenker fühlt sich sehr edel an. Zum Lieferumfang gehört auch ein leichter und stabiler Carbon Selfie-Stick. Doch passt der Mount auch auf alle Fahrradlenker? Bei meinem Gravel passt er perfekt. So sieht's verbaut aus. Bleib dran, dann zeige ich dir die Montage. Während der Fahrt hält der Mount den Selfie-Stick und die Insta360 ONE X2 sicher. Durch die Stabilisierung, entstehen tolle Bilder. Der Halter ist ganz neu und wurde heute erst gelauncht. Noch fehlen mir etwas Details, die ich aber in der Beschreibung ergänzen werde, sobald ich die bekomme. Hier findest du auch eine Bestellmöglichkeit. Über den Affiliate-Link erhalte ich eine kleine Provision für deine Bestellung. Also kauf reichlich! Die Montage ist total einfach und erfolgt dank der Flügelmuttern komplett werkzeuglos. Bauartbedingt ist der Halter natürlich nicht für ovale Aerolenker gedacht. Aber auch an meinem Enduro passte der Halter nicht. Doch dazu später mehr. Sehr gut gefallen hat mir die Rasterung. So ist gewährleistet, dass Selfie-Stick und Kamera nicht verrutschen. Apropos Rutschen. Der Halter ist innen gummiert. So ist dein Lenker geschützt und der Mount hält dank der beiden stabilen Flügelmuttern Bomben fest. Ich habe den Halter bereits auf einer Tour in die Alpen ausprobiert. Abonniere doch unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und lass uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir dieses Video bis hierhin gefällt. Wie du gesehen hast, passt mein Garmin Edge noch problemlos auf den Vorbau. Doch der Halter bietet auch zwei weitere Standard-Montagepunkte, an denen du zum Beispiel eine Lampe, weitere Kameras oder auch einen Tachohalter befestigen kannst. Für Leichtbaufans und Gewichtsfetischisten habe ich den Mount auch gewogen. Ich persönlich finde die 156 Gramm für diesen stabilen Halter mehr als angemessen. Andere geben sehr viel Geld aus, um 156 Gramm an ihrem Rad zu sparen. Dank der einfachen und schnellen Demontage ist das Gewicht aber auch in wenigen Sekunden schnell wieder eingespart, wenn du den Halter nicht brauchst. Einen kleinen Wermutstropfen gab's dann leider doch, denn auf mein Mountainbike passte der Halter leider nicht. Der Lenker ist zu dick. Wie gesagt, die Daten und kompatiblen Lenkermaße liefere ich in der Beschreibung nach. Mit Gummispacern passte der Halter dafür aber zum Beispiel auf dieses BMX-Rad. Und auch auf unseren Tretroller passt der Insta360 Third Person Bike Mount perfekt. Da macht das Fahren gleich noch mehr Spaß. Mit diesem neuen Halter kannst du jetzt die Hände am Lenker lassen und diese komischen Klemmen, die mit Selfie-Stick immer rutschen, brauchst du auch nicht mehr. Danke fürs Dranbleiben, auch für dein Abo und einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020